So, heute spielen wir mal 21. Eins von den DLCs. Ein Kartenspiel um Leben und Tod. Was ist das denn? Saw? Okay. Der Typ ist doch krank. Ja, schön. Okay. Oh. Ja. Oh, oh. Fuck. Fuck. Was willst du? Was willst du? Glaubst du, sie bespätzt du? Okay, erklär, wie ich dir will, wenn das spielst. Ihr habt schon mal weg, ja gespielt, oder? Jo. Ihr zieht einfach Karten und versetzt 21 zu erreichen. Hm. Du scheiße. Du scheiße. Oh Mann. Das heißt also, ich hab die 10, also kann er nicht die 10 haben. Okay. Okay. Zeig her, Leute. Brr. Prr. 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 Prr... Autsch! Das könnte fast 4 Toren haben. Scheiße! 15 12 Scheiße! Oh Scheiße! Fuck! Ja Ja, bestimmt eher. Scheiße! Scheiße! Uh! Scheiße! Boah, 17! Keine Karte! Keine Karte! Keine Karte! Keine Karte! Keine Karte! Oh oh! Oh Gott sei Dank! Tja, Showdown! Keine Karte! Oh, da will jetzt schon keine Karte mehr! Keine Karte! Uh! 19 Also dann hat er entweder 16 oder 17. Theoretisch. Die 16 kann er bloß haben. Ja. Jawohl! 14! Ja! 14! Ah! Er kann doch nicht laufen! Oder? Tja! So laufen die Regeln! Ich wünschte wir hätten auch viel Spaß gesetzt. Ich lass diese 10. Nee, oder? Och, du wirst wieder verarschen. Ach, du Scheiße. Fuck. Okay. Okay. Oh, erhöht den Einsatz ihres Gegners um zwei, solange diese Karte auf dem Tisch ist. Lässt sie die Karte 6 ziehen, wenn diese nicht mehr im Stapel ist, passiert nichts. Oh Mann. Neun. Neun. Was? Was? Oh, dieser... Ey. Okay. 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 Wow, du fährst es, Clancy, du hast keine Tobe. Okay. Ja, dann tut es mir aber nichts. Okay. 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 Ja. 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 Versuchen wir es mal. Keine Karte. Geben wir noch alle. Keine Karte. Keine Karte. Ja, damit ist er auf jeden Fall drüber. Drei. Drei. Szenen. Drei. 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 Mal gucken. Oh man, ich bin ganz spannend. Gott sei Dank. Schon wieder vor zehn. Die sie gezogen haben. Ich bin ganz spannend. Jawohl, Gott sei Dank. Oh. Ich bin ganz spannend. Nee, oder? Ist nicht dein Ernst. Ich hoffe, du hartnäckiger Mistkerl. Wie der Mann gesagt hat, wir müssen noch ein Runde spielen. Verdammt, was ist los mit mir? Wir haben gesagt, dass es nicht geht. Du kranker Schwein mit mir. Ja. Na, klasse. Oh. Oh, scheiße. Oh Gott. Oh, nö. Scheiße. Siebzehn. Ich vermute mal, das wird mir nix nützen, wenn der mit Sicherheit meine Trumpfkarte wegschmeißt. Ach, scheiße, der hat ja die drei schon. Dann hat er schon erledigt. Oh. Ah, scheiße. fuck na klasse der gut los die sie gezogen 18 die frage ist ob mir das jetzt was nützt der 2 verdammt das hat nie auf ihr post wie trottel nach wie die mir deine frau und in der tochter 12 16 der hat jetzt schon 17 die sie gezogen haben acht ja 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 was machen wir jetzt Scheiße. Ich dachte aber nicht auf die Pasta, ey. 15. 17. 18. 18. 18. 19. 20. 20. 21. 21. 24. 25. 25. 30 25. 25. 65. Ah, Mann, ey. 10. 12. 18 ja schmeißen wir ihn doch mal weg oder oder versuchen wir es mit 18 mal gucken oh fuck man scheiße keine na klar es gibt sogar nicht so was ja der ist nämlich und die macht es garantiert wieder weg jawohl puh ja ja oh nein kletz sie wird mich besiegen was kann ich tun ich darf es nicht aufgeben was muss ich noch tun können ja mal lässt sie die bestmögliche karte aus dem stapel ziehen einsatz beider spieler um 100 der gegner kann keine karten ziehen ja 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 ich werde das jawohl ja und jetzt wir sind jetzt fertig oder lässt du mich jetzt gehen ja ich bin so beeindruckt du bekommst deine letzte belohnung hm ja wir werden machen spielschmier du dich nein nein ist das Leben nicht schön nein ich halte das nicht mehr aus bitte ich halte das nicht mehr aus ja aber das spielen wir dann erst beim nächsten mal das wäre dann nämlich überleben ja dann erstmal bis zum nächsten mal 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 Vielen Dank.